Nach diesem hier folgt nur noch ein Test. Ich weiß, eure Kerne entstammen Taschenrechnern, geeignet für simple mathematische Aufgaben und nicht für Tests. Doch wenn wir die Menschen retten können, dann lasse ich euch etwas addieren. Wer weiß, vielleicht sogar subtrahieren. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Portal 2 mit dem Augenblick. Ja, hallo, endlich geht's weiter. Ja, geil. Bist du so drauf gefreut? Muss ja, muss ja, muss ja, muss ja. Lass uns addieren und substrahieren. Okay. Verdammt, ich hab irgendwie alles vergessen. Ja, das ist wirklich sehr, sehr lange her. Immer erst mal Kniffchen drücken. Also hier kommst du durch, aber dann schwindet hier wieder. Okay, warte mal, erst mal, wo müssen wir denn hin? Okay, Orange war schnelle Geschwindigkeit. Okay. Schnelle Geschwindigkeit, okay. Ja, schnelle. Oh, wenn ich hier drauf drücke, kommt da eine Kiste gefallen, an einem Ort, den wir nicht besuchen wollen. Oh, wow. Wo wir nicht wollen, zu wissen, glaube ich. Okay, Moment. Das geht also nicht, okay. Aber ist das nur bei mir gerade so übelst laut, oder? Keine Ahnung. Habt ihr sie muss? So, immer ein bisschen leiser. Ja, wir haben nur schnell Frennen. Genau. Das ist überhaupt gar keinen Sinn, natürlich, weil du kannst ja nicht mal Wände hinbauen. Nein. Ach, unten kannst du auch. Das bringt ja nichts. Was? So, nur kurz gucken. Also, hier ist jetzt schon mal ganz gut aus. Auf der anderen Seite. So, als... Das ist die andere Seite noch. Da muss ich nochmal Knöpfchen. Du meinst, du müsstest es hier irgendwie schneller machen und dann... Ja, eventuell. Das hat ja letztem auch gerade gut geklappt. Da muss ich es irgendwie beschleunigen müssen, weißt du? Ah, das Problem ist... Ich muss ja da hinten stehen und den Knopf drücken. Zum Beispiel. Wenn du jetzt da durchrennst, könnte ich dich jetzt hier oben dann mit Durchschleudern. Da oben. Mhm. Dann würdest du hier rüberfliegen und den Karton dann einfach fangen, aber... Dann bist du natürlich im Arsch. Ähm... Wortwörtlich. Boah. Außer... Nee. Hier doch irgendwie was, wo wir... Das ist eigentlich der... Weiß ich nicht. Okay. Lustig, lustig. Palalalala. Wenn du schnell rennen, könnte ich schon hintern, was du da gemacht hast. Was ist das hier überhaupt? Ich dachte, warum wir ja Dings, okay. Brauchen wir die Kiste dazu. Lalalalalalalala. Ah, du könntest höchstens die Kiste dann rüberschmeißen, sozusagen. Ach so, du meinst, dass ich mich opfern muss? Könnte sein. Ach, warte mal, hier ist noch ein Schalter. Was, das ist noch ein Schalter? Ah, guck mal. Ah, kicke mal an. Da hast du auch eine bestimmte Zeit. Da tickt der an, oder was? Naja. Okay. Ähm, dann... Na, du musst dich schnell... Ja. Dann machen wir das so hier? Ja, dann brauche ich ja hier vorne an den... Ach so, gut, okay. Dann rennst du jetzt. Ich mach... Du steilst es davor und ich mach dann... Aber das Problem ist, wenn ich jetzt... Die Teile müssen ausgeklappt sein. Das heißt, du musst relativ... Zügig... Na, vorne noch. Warte mal, na, klapp... Warte mal. Nimm du schon. Warte mal, was ist denn jetzt für der Ausgang? Das ist der Ausgang. Das ist der Ausgang, ne? So, ist es gleichmäßig? Okay. Ja, mach du mal weiter, ich... Warte, 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 warte. Mäh, mäh. Das ist dann sehr zügig. Mäh, mäh. Ouch, nein, oh, falsches Timing. Das reicht so nicht, alles klar. Nochmal. Bin schon wieder weg, oder? Ja, was ist, wenn ich mir selber den... Ach klar, das funktioniert doch. Na wie denn? Und wenn, indem ich mir selber deinen Eingang mache. Ja, warte, ich klapp alles. Dann muss ich auch meine weg machen. Nee, nee, lass schon, passt schon. Sag mal einfach, wenn du soweit wirst. Gib mir ne Würfel. Ach, nochmal. Schau mal. Ja, ich guck. Wenn ihr diese Strecke nicht abschließt, müssen diese Menschen sterben. Wollt ihr das? Ja, nein. Falls ihr beunruhigt seid wegen der Menschen, nicht alle sind Monster. Ja, danke. Die meisten sind gute Testsubjekte. Ich glaube, auf eine Million gute Testsubjekte kommt etwa ein Monster. In diesem Sinne weiter geht's. Ja, genau. Naja. Also, das war ja eigentlich nicht schwer, ne? Nee, man muss halt jemanden opfern. Das war halt mal was Neues. Obwohl die zwei Wände mich irritiert haben, die da noch waren zum Schießen. Vielleicht hättest du noch einen anderen. Die Menschenkammer liegt gleich hinter der Öffnung. Die Tür öffnet sich nicht, obwohl ich den Code eingegeben habe. Ihr müsst nun also das manuelle Schließsystem direkt, direkt an der Tür bearbeiten. Wo ging jetzt das Spiel? Hallo? Ähm. Aua. Aua. Aua, au, 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 au. Aua, au, 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 aau, ja. Okay. Der Bus, eilol? Hä? Hast du jetzt knapp gedrückt, Obo? Ich hab gar nichts gemacht. Kasach, das sind solche Gummibeeren. Ja, das sind so, achso, das ist ja erst, wenn ich springe. Aua. Ach, eil, ah. In der SRK kann man das Springen vermeiden, alles klar. Was ist? Neu, spring mal durch. Was? Einfach mal durch. Das ist eine Idee. Okay. Es hat gar nicht ganz gereicht. Okay, danke. Die Idee ist gar nicht schlecht, was ich habe. Ja, wir müssten jetzt... Ich glaube, wir müssen die Geschwindigkeit hier rüberkriegen. Das ist Hüpfgummi. Das ist keine Geschwindigkeit. Ja, ich weiß, aber wir müssen vielleicht... Guck mal, wenn wir hier drinnen, wo das rote... Du kannst hier die rote Farbe auslösen. Wenn man da drinnen sieht und das dahin zum Beispiel... Dann könnte man das hier rüberschleudern. Verstehst du? Ich verstehe. Aber das wird schwierig, dadurch das Schild dazwischen. Okay. Kannst du mal bitte auf der anderen Seite... ...da... ...eine Öffnung machen... ...und da drüben auf der Seite auch eine? Genau. Betätigst du jetzt nochmal das Knöpfchen? Ach, na eben. Genau, jetzt bist du ja eigentlich... ...und da drüben auf der Seite. Nein! Das funktioniert. Ja, cool. Ja. Hört auf damit. Ihr müsst nur die Tür zur Kammer öffnen. Und biau. Ba-ba. Hehehe. Cool. Das ist doch easy, man. Das hätten wir nie was anderes gemacht. Okay, das ist kaputt. Oh, gut. Ähm. Das ist auch kaputt. Aber da unten ist was. So. Ah. Nee, das ist auch kaputt. Wo? Hast du da was? Nee, pass auf. Wir sind vielleicht... Doch, doch. Klar, klar. Logisch. Unten ist da was. Guck. Bip, 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 bip. Äh, ich hab Angst. Ah, ah, ah. Waaah. Autsch. Wow. Aua. Hohohohohoho. Okay. Super. Äh, okay. Jetzt geht's so lang. Ach, du musst jetzt so weiter runterspringen, oder? So, jetzt noch guck da unten. Okay. Na gut, wir könnten jetzt einfach mal so machen. Ach, jo, klar. Oh, das war doch schwierig. Aber vielleicht müssen wir das so machen. Ich glaube langsam, ihr wollt die Menschen gar nicht retten. Ja, Moment. Ja, Moment. Ja, Moment. Alter, du meckert's mir. Was stresst denn die Frau so? Das ist ja Wahnsinn. Warte, bitte nichts wegmachen. Du hast ja nicht hier noch, ne? Obwohl, du könntest jetzt mal... Ach, nee, dann kommst du hier. Doch, klar. Ey, das sind Opferstrecken. Tu mal jetzt deinen Ausgang da drüben hin machen, wo wir Sinn haben wollen. Du musst dich dann einfach nochmal töten und dann kannst du hier runterspringen. Okay. Äh, was war das? Nein, nicht ganz. Fast geschafft. Jetzt enttäuscht mich nicht. Wie jetzt? Was? Wie, äh, wie jetzt? Hast du das Ding falsch gesetzt, du hast? Nee, das ist richtig gesetzt. Ah, vielleicht vom Winkel her ein bisschen. Das könnte natürlich sein. Ein bisschen... Ja, okay. Warte. Yeah. Genau. Okay. Jetzt musst du dich töten und dann... Oder... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Aber wie zu geil. Warte mal. Nee, du musst schon... Du musst dich töten. Nützt nichts. Okay. Dann musst du hinten bei deinem... Wieder hochspringen. Jetzt hast du hier das Tor weggemacht. Ach, das geht ja gar nicht. Nö, mal abwarten. Gucken wir mal kurz gleich. Was tut du hier jetzt draußen noch? Ach, guck mal. Du kannst ja jetzt... Ich kann da hinten noch eins hinsetzen. Du kannst jetzt runter. Siehst du das? Ich habe jetzt hingesetzt. Yay. Jawohl. Jawohl. Perfekte. Super. Aber was ist denn jetzt? Echt knifflig jetzt. Aha. Okay, hier kann man was hinschießen. Und dann kann man hier rein. Und hier drüben. Da drüben gibt es aber auch was, ne? Ich weiß, hier ist ein Schalter. Hier ist wieder ein Schalter. Weiß. Hier habe ich... Okay. Ach, hier ist eine Tür. Die müssen wir wahrscheinlich aufmachen dann. Okay, wahrscheinlich nur auf, wenn wir da drüben irgendwas machen. Oh, okay. Gucken wir uns das mal an. Das sieht süß aus. Hui. Ja, und und dann? Auf jeden Fall schon mal anfangen. Aber hier zeigt so Pfeile nach oben. Was haben die zu bedeuten? Pfeile nach oben? Hier oben geht es auch weiter. Das ist natürlich... Wow. Das ist natürlich ein guter Tipp. Was ist denn? Warte mal. Wenn wir jetzt zum Beispiel das so machen. So, warte. Okay. Warte mal, nee. Das war jetzt falsch. Kann er das Sinn noch geben? Also. Ich muss dann... Ich weiß ja gar nicht, welche Richtung ich kann gucken. Ich kann mich nur lüftlich bewegen. Scheißen Dreck. Wenn ich hier auch sowas... Warte, was ist denn wenn ich... Wir machen jetzt einfach mal alles auch arrangieren. Ich bin auf der Logische... Ah, gucke mal her. Wenn du hier rüber, da langläufst, da durch... Und dann hier raus... Dass du dadurch genug Schwung hast... Das ist vielleicht möglich. Ach du... Warte mal, man könnte ja... Warte mal, ich warte... Ich hätte noch eine andere Idee. Aber okay, probier mal. War das doof. Und zwar, wenn ich jetzt hier reinlaufe... Da rauskommen. Du machst nur jetzt... Da vorne eins hin und... Vielleicht hier mal eins. Das stand hier... Ich hab auf den... Du mal auf diesen... Auf dieses Zeichen her. Ich guck grad wo... Mal hinten. Nur ganz kurz so. Genau. So, okay, warte auf. Nö. Was? Stopp! Das Ganze... Geht das Ganze irgendwie andersrum? Dass wir dann hier rausspringen? Na, Quatsch. Ich glaub, es war grad gar nicht mal so blöd, was wir hier gemacht haben. Du weißt ja, dass wir hier reinrennen. Dann kommen wir hier rausgesprungen. Und spring ins nächste Loch rein. Und dann tun wir ja noch höher springen. Ach so meinst du das. Aber dann müsstest du dein rotes hier hinsetzen. Genau. Und dann tust du mir hier nochmal das andere von dir hin. Aber jetzt noch nicht. Und zwar dann auf den Punkt. Okay, ich probier's mal. Wenn ich dann aus deinem rauskomme, ne? Äh, reinlaufe, dann... Äh, rauskommen. Ja, wirst du schon sehen. Nein! Oh! Hm. Das war das gar nicht. Äh, ja. Aber wir könnten mal noch was machen. Und zwar... Okay, also da rein... Okay, also da rein... Da musst du rein. Halt! Da rein. Da raus. Dann sagst du da rein und da raus. Dann mach ich dir her. Hä, warum ist denn das auch gespeichert? Krass, der Sch... Ich muss doch irgendwie so gehen. Was ist denn das hier? Äh, was ist denn das hier? Ich ärgere mich. Boah! Toll! Wie? ja warum ist denn eigentlich hier was warum ist da oben noch was oder ist das einfach nur der kann man sich so schnell machen dass man da gucken wir mal jetzt das ist eine kleine schräge hat man kann sich nicht so schnell machen dass man von hier nach da kommt probierst du noch mal macht über die punkte durch sie gemacht habe und ich mache die und da genau hier muss dann genau bevor wir es auch machen nein Nee, warte mal. Nein, das war falsch. Ey, das war gerade gar nicht so blöd. Mach nur mal hier. Warte mal, na eben. Das habe ich auch nicht sehen. Ich kann dich vielleicht dorthin leiten. Hä? Nee. Gott, übelst verwirrte. Du musst, glaube ich, Stückchen für Stückchen musst du mich... Nein. Du musst das in dein Geisel reinlaufen. Du weißt, das ist wegen der Geschwindigkeit, ne? Ach, was mache ich denn? Du Fliege, warum? Hä? Wo hast du das denn vorführt? Das ging bei mir vorne auch so. Das war ganz komisch. Uah! Nö. Ja! Passt! Es reicht nicht! Autsch! Was? Ah! Ja! Ja! Ich habe es. Ich habe es. Wo ist es? Nein! Doch! Oh. Haha! Kommst du auch hier? Ach. Guck gut. Cool. Hier ist es jetzt. Komm her, Baby. Ähm. Ah, weißt du, was wir jetzt brauchen? Warte. Wir brauchen hier Orange. Moment, 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 Moment. Glaube ich. Ach so. Dass wenn der Würfel unten aufkommt, dass er zu uns rüber geschleudert wird. Also. Okay, wo brauchen wir Orange? So, ganz kurz. Da gibt es keine Orange. Ja, brauchen wir ein Portal. Warte mal. Ja, 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 da ist er! Den haben wir. Wo kommt der jetzt hin? Hast du was gesehen, wo man den hin macht? Oha! Mal gucken. Also hier ist nichts. Ich habe jetzt aber auch keine Lust da durch das... Wenn wir... Wenn wir das Ding durch das... Äh... Was machst du denn? Ach, bei dir da. Ach, stimmt, bei dir geht es ja weiter. So, dann machen wir den Eingang und da einen Erdgang. Alter, ist das knüffelig. Wir haben jetzt zwar schon 25 Minuten, aber das können wir jetzt nicht aufgeben. Das... Wo hast du jetzt die Kisse hin? Hier, Schätze. Ja, komm mit rein. Wo machst du denn so lange? Kann man jetzt einmal drüber hüpfen? Hier unten ist jetzt nur noch Wasser. Hä? Aber, aber, aber... Warte mal, du löst damit einen Schalter aus. Ah, guck mal. Lass das mal stehen. Oder rutscht das dann weg. Hä, bleib hier! Ah! Nein. Nein. Aua! Aua! Mh... Kriegen wir nochmal einen neuen Würfel? Ja, da. Okay, wie kriegen wir denn jetzt dann... Danke. Auch mal wieder schleimig. Na. Na, wie komme ich denn da wieder zurück? Na, meine Portale stehen noch. Ja, meine Portale stehen noch. Ja, meine Portale stehen noch. Deswegen mache ich ja auch nichts, weil... Kann man die nicht irgendwie wieder abwaschen? Kannst ja mal Spuke draufschmeißen. Das ist da drüben eigentlich. Weiß ich nicht. Was ist denn das? Hat mal. Ah, ich habe mal eine... Ne. Äh, machen wir mal nochmal ein Portal zu den Laserteilen. Ich denke nämlich, dass, wenn es sein könnte, dass hier die Klappen hochgehen, wenn ich da, äh... die Laserstrahlen durch... ...durchgehe... ...durchgehe... Oh, schaue mal. Ja, hat's recht. Durch mal warten. Ach, ne, wir müssen zu zweiter hin. Ich gehe erst mal hin, aber... ...machen nächsten Level. Ach, der rutscht doch langsam runter. Weißt du das noch? Ah, stimmt, wollen wir gehen noch mal zurück. Achso, ne, du kommst sogar noch zu schnell hierher. Wo hast du noch Portale? Ich kann den hier oben ablegen. Und ich komme dann zu dir gelaufen. Ja, das klappt. So, bereit? Ja, ja. Er rutscht. Ach, die Scheiße. Müssen wir auch noch gleichzeitig hier sein. Oh, 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 oh. Hat's geklappt? Ich habe keine Ahnung, wo wir... Ach, da müssen wir hin, oder? Ne, die Tür ist nicht zu. Hat nicht geklappt. Boah, ist das heftig. Oh, warte mal. Unten ist gelb. Das heißt, wir müssen gelb hier... So. Boah, okay. Das heißt, wir müssen da versuchen wirklich... Ach, Scheiße, du hast jetzt die Portale weggemacht. Nein, 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 nein. Meine Portale sind immer noch hier. Achso. Genau. Du hast vergessen, hier oben einzusetzen. Wo ist denn dein Portal? Ne, dein Portal ist nicht mehr hier unten. Moment. Dann, äh... Ich habe hier rot. Machen wir hier gelb. Geh nochmal kurz durch. Achso. Genau. Jetzt kannst du nämlich hier wieder dein Portal setzen. Genau. Ich brauche doch mein Portal, aber... Ich brauche doch mein Portal jetzt nicht. Ja, ist ja auch richtig. Okay. Sprüge runter. Achso. Ja, genau. Wie war das jetzt? Da und dann da. Aber ein bisschen schneller, wenn ich das... Mal, mal, hier kommt es hier. Achso, wir müssen erst mal... Ich bin schneller, wenn ich vier hinsetze, glaube ich. Okay. Warte mal, ich kann das auch... Warte mal, ich kann das auch... Oh, ne, ist schon gut so. Also, ich bin bereit. Hä? So. Ransch, drei, zwei, eins, los. Ha, jetzt haben wir es aber. Jawoll. Da rüber. Oh, hinter uns. Schnell, 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 schnell. Jetzt ist hier alles voll... Schnell durch, schnell durch, schnell durch. Komm, 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 komm. Boah, so. Hier hinten ist jetzt alles voll... voll... ...dings geworden. Und hier ist... Hier gibt's blaues. Ah, gucken wir da rum. Ah, alles klar. Gut. Da gibt's auch... Oh, ja. Ich glaube, ich bin ganz froh. Nein. Na, guck mal, jetzt habe ich hier sind. Ah, das ist bestimmt die Menschenkammer da hinten, ne? Kann sein. Groß, wie das aussieht. Na, wie komme ich jetzt zu dir? Ach so. Geht einfach. Oh, okay. Ist klar. Oh, wahrscheinlich später, sobald die Kammer auf ist. Okay, ähm, wir sind jetzt bei der halben Stunde. Das macht ja nix, ne? Dann können wir ja cutten oder so. Weil das ist ja jetzt gerade... Also, sobald du da durchgehst, ist das Ding da wieder weg. Richtig. Das heißt... Oh, über uns ist ein Portal. Schönen wir das? Das ist so ein... Ja, das habe ich gerade gemacht. Ach so, das hast du gerade gemacht. Ah. Äh, klar. Wie ging denn das nochmal umzudrehen, das Ding? Ich glaube, nur durchs Button, ne? Was ist denn, wenn wir... Aber was ist, wenn wir... Wenn wir hier... ...dumpfen... 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 ...na klar, für das Portal. Da oben ist ein Wohndungsschalter. Warte, ich kann dir ja mal zeigen, meine Aussicht. Aber es funktioniert. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir die... ...Fiecher irgendwie... ...ah, ich kann die doch ablenken, wenn die es dann durchspielen. Ja, wollen wir jetzt den Park beenden, oder wie hast du das jetzt gemeint? Gerade mit den... ...Jugend... Ja, wir machen jetzt weiter, so wie wir es jetzt die ganze Zeit machen. Und dann cutten wir das einfach einmal in der Mitte. Dann machen wir... ...mach mal... ...sitle mal Schluss und gucken dann im nächsten Part, wie es ja weitergeht. Genau. Dann machen wir das. Dann haben wir einen abgeschlossenen Part. Genau. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst, wenn es euch gefallen hat, was ihr zu tun habt. Und in diesem Sinne... ...Link unten von GamerShack.fp Bis dann. Ciao. Tschüss.